Party enter! Disco! Disco! Tanooki! Oh mein Gott, Popti Party! Hallo! Hey, Ruhe, Lukas! Hallo! Kennen wir uns alle? Nein! Ich bin Tanooki Gamer, das ist Palokos, das ist Lukas und I'm Sonic and you're not! Und wir spielen in der 16-aufgabe Jump Together, mal wieder seit langer, langer Zeit, die Sonic the Hedgehog... No, nicht los, rennt noch nicht, bitte! Ich hab schon getrocknet, ich auch! Warte, warte, wir haben ein Buch! Ein Buch! Ich lese, weil ich bin der Einzige, der Englisch kann! Oh, okay, oh, jetzt scht, 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 alle, alle mal so... Soll ich es auf Deutsch übersetzen oder in Englischem vorlesen? Lies auf Englisch vor, meine Abonnenten sind... Nein, ich werde es jetzt auf Deutsch übersetzen. Bitte, ich mach so. Kur anziehen, das objektiv... Nein, das ist objektiv. Euer, das Ziel ist es, den Kurs in der kleinstkürzesten, möglichsten Zeit zu schaffen. Und wenn ihr das nicht schafft, dann seid ihr Noobs. Wir müssen, hier die schönen Leuchtfeier, werden uns zu jedem neuen Checkpoint führen. Und dann, ähm, müssen wir hier das Tutorial drücken, damit wir ein Tutorial kriegen. Goddammit, Tiffchen! Ja, okay, jetzt haben wir noch ein paar Tipps, und die sind alle unwichtig, okay. So, ey, wisst ihr, was richtig geil ist? Das hier soll jetzt so einen alten Sonic-Fernseher darstellen, dass sie ihn spielen. Okay, ich kenn ihn nicht. Ich hab nur einen Sonic-Bügel gespielt, offensichtlich. Naja, dann drücken wir mal den Timer on, aber ich glaub nicht, dass er funktionieren wird, das soll... Einen Augenblick, ich will noch die Partikel ausmachen. Warte, das mach ich dann auch. Sonst stören sie die ganze Zeit. Ja, schon. Also, ich spiele das Ganze in 1.6.4, wegen der, aber nicht in 1.4.7, da würde der Count auch gehen. Aber ich würd' sagen, wir machen jetzt ein Wett rein, ich glaub, ihr kennt die Map nicht, ich hab's hier schon fünfmal so gespielt, deswegen hab ich den Vorschein. Und wir starten das Ganze in... Drei, zwei, eins! Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wir sind hier so langsam. Ja, hey, schlack mich. Nein, ich hab dir Buß gegeben. Also, ich bin ein... Oh mein Gott, mein Gott, ich bin früher gestartet, aber... Ich darf's halt... Nein, nicht mehr runtergestürzt. You fail. Wie macht man... Oh, oh, oh. Wow, wow. Also, das ist natürlich keine richtige... What the fuck? Ihr müsst da rauf und dann nach vorne. Was ist das? Das ist ein ganz böses Feature. Das ist so ein Jumppad, ist das. Ich bin bei Nummer zwei. Ich fliege aber immer in die falsche Richtung. Du musst ja nach vorne drücken oder so nach vorne laufen. Wo muss ich jetzt hin? Du musst nach vorne, immer nach vorne. Leute, Hilfe. Keine Hilfe für dich. Ich brenne. Das heißt so, diese Jumppads aus dem Sonic-Spiel. Hey, seht ihr auch das... Abkürzung. Seht ihr auch die... Die... Die Leuchtfeuer gar nicht. Ich seh die gar nicht. Also, die müssten eigentlich... Die müssten eigentlich nicht da sein. Fuuu. Die... Juppa. Checkpoint 3. Nein! Nein! Ich hab... Oh, doch nicht. Nein! Ey, was? Okay. Da wu. Ich bin voll weit hinten. Wo seid ihr alle hin? Okay, ich hab's überlebt. Verdammt, wo bin ich denn? Number 3, bitches. Ah, Gott. Ich war auch schon bei Number 3. Oh. Ich spring einfach überall hin. Vielleicht schaff ich's. Supersonic-Skills! Oh, nein! Habt Skills, bro. Nein! Boost ist weg. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich hab grad keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich hab auch keine Ahnung, das ist das Problem. Also, ich sammle euch mal wieder ein. Help! Ich sammle euch mal wieder ein. Wir gehen wieder zu Checkpoint 1, ja? Kommt mal alle mit. Help! Oh mein Gott. Äh, nein, nein. Ich hab... Ich hab... Was ist das für ein Checkpoint? Und ihr wollt Erfahrung mit Sonic-Spielen gehabt haben? Nee, ich hab auch gesagt, dass ich nie ein Sonic-Spiel außer ein Handyspiel gespielt hab. Gut, weißt du was? Ich mach ab... Ich mach erst... Nee, die Idee, wie heißt's? Miau! Komm schon! Sag mal, wie heißt's? Wie ist denn der Mannschaftsnamen von Pyrox? Wo seid ihr hin? Ich hab aus irgendeinem Grund... Achso, Pyrox, sag's. Achso, Pyrox, sag's. Ich bin da. Ich bin da. So, los, ab hier weiter, zack. Ich hab irgendwie... Kein, kein, kein... Ich kann nicht mehr sprinten, ne? Ähm, dann, äh, bist du hungrig? Genau. Goddammit! Gib dir... Jetzt, jetzt packe ich meine... Ah, nee, das geht ja nicht, ist ja zu alt. Sonst... Obwohl, nee, es geht. Was geht? Gib dir mal Slash-Effekt 23 für unendlich, also eine Million Sekunden. Das ist der Hunger, das ist der Sättigungseffekt. Miau! Ich bin ein bisschen nervig. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Karl meinte auch letztens, weil ich diese Effekte... Manche kannte ich halt auswendig von diesem Slash-Effekt. Ja. Und dann hat er mich für den kranksten Meinschaft zurückgezogen. Er so, oh, was mach ich denn? Ich will keinen Hunger von ihm. Und ich so, Slash-Effekt 23. Wow. Ah, äh, da müssen wir eigentlich hin? Ach, da hast du... Okay, gut. Oh, jetzt hab ich grad auch keine Ahnung. Ich hab dich schon so oft gespielt, die Map. Da ist ne Kiste. Du hast die Map von oft gespielt, äh, okay. Oh, ich hab ein Chaos-Emerald nicht. Ey, mein... Oh, okay. Ich flieg irgendwie, ich flieg irgendwie immer in die Wallführrichtung. Also, ähm, rede ich einfach zu uns. Egal, hier ist jetzt 4. Ich bin immer in Checkpoint 4. Bin auch da. Bum, 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 bum. Ich hab kein Essen mehr. Oh, oh. Falsch, falsch gesprungen. Ach, ich hatte überhaupt kein Essen. Uuuuh! Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, ist das das Gesicht von Eggman? Ja. Bah! Der sollte mal seine Nase putzen. Ih! Ih, geht. Oh mein Gott. Sagst Nase putzen, dann guck dir jetzt erstmal das hier an. Guck dir das mal an, komm mal zurück. Was? Sagst Nase putzen, ist es noch schlimmer geworden. Oh Gott! Hallo, hier. Mein Gott, das ist wirklich... Das ist, das ist schlimm. Also, Moment mal, bis seit wein Game Mode 1. Und da ist er, kurz vor der Ziellinie. Sonic the Hedgehog. Und er hat es geschafft. Nein. Ich bin erster. Ich bin erster. Du bist zweiter und Lucas ist wohl leider letzter. Oh. Kuchen für uns alle. Nein, ich bin nicht letzter. Nein, Scheiße, das ist mit... Brot für alle. Kuchen für alle. Nein, Jungs. Rot für die Welt. Sonic is Chili Dogs, also Hot Dogs. Obwohl... Oh, okay. Ähm. Ein Hot Dog, da haben wir jetzt seit nichts. Scheiße. Okay, das war jetzt mal kurz. Okay, wir machen mal schnell einen Fast Food Mod und dann sehen wir uns weiter. Spaß. Ne, ähm. Das war's auch schon sehr verplant, aber egal. Auch noch nicht mal eine richtige Parkour-Map. Eher eine... Was ist denn das für eine Map? Eine Jump Map. Eine Jump Map. Seega Map. Du hast in die Confie drin geschrieben, lass mal Aufnahme machen hier, ähm, Sega Jump Map. Ja, Jump Map ist es, ne? Und dann hab ich die Welt auf den Server hochgeladen und dann haben wir die gespielt und jo. Chili Dogs für alle, nur ohne Hot Dog, also ohne 14. Das ist ja scheiße. Gucken für alle. Falls ihr es wissen wollt, ich zeig euch noch ein paar Chaos Emerald-Verstäcke, die sind hier auch überall versteckt. Wisst ihr, was Chaos Emeralds sind? Ja, ich weiß, was Chaos Emeralds sind. Ich bin leidenschaftlicher Sonic-Spieler, ja? Ja. Ich hab Sonic Adventure 2 gespielt. Das letzte Sonic-Spiel, kennt ihr das? Sonic Lost World? Ich fand das nicht gut. Gar nicht gut. Ja, die, heutzutage, die sind, die basieren mehr auf Nachmachen von Mario Galaxy. Sonic Generations, jetzt dieses Geburtstagspiel, weil ich krasse, auch von der Grafik, von der Idee, aber Sonic Lost World war einfach komisch. Da war nicht dieses Tempo drin, war komisch. Äh, 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 äh. TNT für alle. Was? Oh Gott. Lukas, bei dir heißt sowas richtig, nee, nicht gut. Wow. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und mit dieser nice und Sicht falsch hin, sonst? Wow. um und wir sehen uns im nächsten Part wie der Jump Together weil wir uns das erste Mal dass Lukas auch dabei war guck dir die Map an, guck dir die Map an jetzt zündest, 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 zündest zum Abschluss also noch nicht zünden, ich bin noch nicht fertig zünden, zünden, zünden ich verteile auch mehr TNT, ich zündeile überall TNT hey, ich hab das Checkpoint geschafft oh, warum teleportiert mich hier die ganze Zeit hey, die Welt besteht ja total aus Wolle, die kann man ja zerstören oh, ich hab Person Marail gefunden ich auch okay, Leute, ciao, haut rein, Sonic ist cool, die Map ist cool und jetzt kommt doch, äh, full speed and I'm Sonic, and you're not und möge die Waschbeermacht und die Igelmacht mit euch sein Sega und jetzt folgt die Zerstörung der Welt Sonic, Lukas, Tanooki, Pass Tschüss.